Oh mein Gott Leute, in diesem Video wird es etwas richtig, richtig Krasses geben. Und zwar Leute, werden wir Brawler-Streamer snipen und wir werden schauen, wie sie reagieren werden. Oh Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute werden wir auf jeden Fall, wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, heute werden wir auf jeden Fall Brawler-Streamer snipen. Und wir werden auf jeden Fall gucken, wie die Brawler-Streamer reagieren werden. Und zwar Leute, habe ich ja auch gerade direkt schon einen Stream offen. Und zwar Leute, ist es von FakeYan und wir werden probieren jetzt FakeYan zu snipen. Auch noch ein paar andere Leute und alle Leute, also alle YouTuber, die ich gesnipet habe, findet ihr unten in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren verlinkt. Und ich würde sagen Leute, wir sehen uns dann auf jeden Fall gleich bei dem ersten Snipe. Oh mein Gott, Leute, wir haben es geschafft, bei FakeYan rein zu joinen. Oh mein Gott, Leute, ich bin einfach bei FakeYan drin. Man kann es auf jeden Fall sehen. Alter Leute, es hat so verdammt lange gedauert, bis ich es endlich in einer Lobby reingeschafft habe. Und ja Leute, ich würde sagen, ja hoffentlich kickt er mich nicht raus, Alter. Ey, das wäre echt jetzt scheiße, wenn er mich jetzt einfach rauskicken würde. Okay, let's go. Wir sind in der Hunde. Wir sind in der Hunde. Oh, alle haben Tick oder Frank? Oh mein Gott, ich habe Bull. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Scheiße. Ein Applaus für dich. Du bist super. Du gehst so wohl in die Runde und tötest alle. Ach, Digga. Also hat dir deine Mutter so wenig Aufmerksamkeit geschenkt, dass du von mir die Aufmerksamkeit brauchst, oder was? Warte Leute, schreib mal kurz im Check. 50 Zuschauern, ich hoffe, du hast genügend Aufmerksamkeit jetzt bekommen. Ich bedanke mich bei dir. Cool. Freust du dich über die Aufmerksamkeit? Willst du auch noch einen Lolli haben? Ich hole einen Lolli für dich. Warte kurz, vielleicht freust du dich dann. Oh mein Gott. Was? Ein Lolli. Guck mal hier. Extra für dich, Digga. Damit du Aufmerksamkeit bekommst. Ich glaube, ich glaube, dass deine Mutter die zu wenig Aufmerksamkeit gegeben hat. Dann kriegst du die Aufmerksamkeit auch gerne von mir, wenn du sie brauchst. Deswegen hier ein Lolli, damit ihr auch seht. Ich habe zwei davon, du kannst dir gerne einen abholen. Hier ein Lolli. Guck mal. Einfach ein Lolli, Digga. Bro, sorry, war für ein YouTube-Video. Loll? Warst du gerade der Bull, oder was? Ich lutsche jetzt den Lolli für dich, Digga. Okay, Leute, ich würde sagen, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu dem nächsten Stream-Sniper, Freunde. Oh mein Gott, Leute, wir haben es bei Ellie Gaming reingeschafft, Alter. Ey, Leute, ohne Spaß. Es hat so verdammt lang gedauert. Wir haben es einfach jetzt endlich reingeschafft, Freunde. Und wir werden jetzt auf jeden Fall richtig snipen, Freunde, bei Ellie Gaming. Aber keine Sorge, ich werde auf jeden Fall sagen, dass ich das war von Leuten. Deswegen, ja, okay, ich würde sagen, Leute, ich bin echt gespannt, wie der Reaktion. Reagieren wird, weil, keine Ahnung, ich kenne ihn gar nicht, dass er immer so ausrastet, weil ich bin öfter in seinen Streams dabei. Und, äh, ja, Digga, ich würde sagen, äh, mein Kopf. Den Mann. So, ey, film mir dann an alle hier die Zuschauer auf jeden Fall. Gelose, gelose, gelose. Oh mein Gott, wie peinlich ist, ich hab verloren. Wie peinlich ist, ich hab verloren. Wie verarschen. Oh, lust, lust. Okay, Leute, ich schreibe mir bei ihm jetzt auch einen Klaptiker. Wir haben einfach verloren gegen ihn, wie dumm. Ich darf gar keinen Fall mehr mitspielen. Sorry. Mann, Mann, Mann. Ah, Jungs. Bro, sorry, weil ich hab für ein YouTube-Video. Och, Mann, Junge. Oh, Junge, weh. Ich werde hier nicht markiert, nicht Spaß, das ist gut. Hoffe, es ist wenigstens gut geworden. Ich hab's nicht versaut. Ich hab dich gekillt, ne? Mhm, mhm, mhm. Bisschen mehr trainieren, mein Freund. So, ja, dann würde ich sagen, Leute, wir kommen auf jeden Fall zur nächsten Person. Leute, wir versuchen auf jeden Fall jetzt bei dem nächsten YouTuber, Medusa, Komet, Brawl, das auf jeden Fall rein zu joinen, Leute. Und, äh, ja, das wird auf jeden Fall auch der letzte YouTuber sein, weil, Leute, ich nehme seit 40 Minuten auf. Und ich bin grad bei drei YouTubern reingekommen. Okay, Leute, ich hab's auf jeden Fall rausgeschafft, da er alle rausgekickt hat. Und, äh, dann konnte ich auf jeden Fall easy rein joinen. Und, äh, random Skin Contest ist das auf jeden Fall. Das ist wieder eine Skin Contest, äh, Map, Leute. Und ich muss auf jeden Fall jetzt aufpassen, dass ich mich nicht blamiere, Leute. Ich muss auf jeden Fall wieder Call spielen, weil dann kann ich halt easy rausgehen. Und, ähm, ja, ich werde ihm danach auch wieder schreiben, dass ich das auf jeden Fall war. Und dann mal gucken, wie er reagiert, Freunde. Das Ding ist aber, da ist auch Martin Brawl, das ist das Lustige, der kennt mich sogar, der Martin. Und, ähm, ja, ich würd sagen, let's go, Leute. Auf jeden Fall, ähm, ja, wir beginnen jetzt. Max, das hat loste Fragen gestiert. Max, vielleicht kann ich mich auch bei dir bei deinem Kurs anmelden? Ich hoffe mal schon. Ja, let's go. Oh, okay, Leute, Leute, Runde beginnt. Runde beginnt. Ich? Geh rein, Elio. Ciao, ciao. Lass mich spielen, Juni und Anakka, du weißt Bescheid. Ey, hä? Jetzt bin ich als erstes... Ey, dieser... Nö, Leute, der Danita ist ein Streamsniper. Wir machen nochmal Restart, Leute. Der Danita ist auf jeden Fall ein Streamsniper. Das heißt, Martin, ich kann dich einladen. Aber ich lade lieber Nikotana hier ein. Haha, Martin, RIP auf jeden Fall an dich. Kann nur noch 5 Minuten mehr spielen, okay, okay. Oh mein Gott. Wurde ich jetzt rausgekickt? Ja, okay, ich wurde rausgekickt, Leute. Ich würd sagen, wir schreiben das jetzt mal bei ihm rein. Aber, Digga, ey, Junge, ich dachte, ich muss jetzt irgendwie anfangen. Also, ich dachte, ich bin jetzt bewährter, weil ich bin Meta gespawnt. So, ich wusste grad gar nicht, was abgeht. Okay, Leute, ich würd sagen, wir schreiben jetzt einfach mal im Test, dass ich das war. Wenn nur einer Streamsniperts an den Kanten. Okay, dann würde ich sag, geht dich mal kurz. Oh, ja, dann geht's nochmal weiter. So, let's go. Also, wir haben nochmal eine Runde, Leute, wieder random zu dem Test. Nehmt eure Bestes. Ach, jetzt kann ich ihr einladen hier. Martin. So. Hm. Was für ein Video, das Snipen. Ach so, bruh. Junge, Sven. Oh, Mann. Jonah Gaming. Das geht ja hier. Oder John Gaming. Das geht ja hier. Egal. Ja? Moin auf jeden Fall. Das geht ans Video. Moin, moin. Ja, Jonah, wie gesagt, du kannst es mit Spielen versuchen. Gleich nochmal auf jeden Fall. Okay, Leute, ich würde dann auf jeden Fall auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Like da. Aber wenn du nicht vergessen, Leute. Und oh mein Gott, Alter, aber das sind gar nicht so, die Leute, die sind halt gar nicht mal so ausgerastet, ehrlich gesagt. Also die ganze Streamer, die sind gar nicht so ausgeflippt, ehrlich gesagt. Aber, Alter, gönnt euch mal, wie rot mein Gesicht ist. Und ich würde dann auf jeden Fall sagen, wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal wieder, Freunde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.